Und ich denke, so im Privaten, muss ich sagen, habe ich viele positive Dinge erlebt. Für mich in der Zeit, es war mal ganz schön, dass man sich nicht ständig verplant hat und am Wochenende verabredet hat. Also wir haben das sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist gar nicht so schlimm gewesen, dieses Social Distancing. Manchmal tut es auch gut, ein bisschen Ruhe zu haben. Es war auch schön, mal so das eigene Zuhause nochmal anders kennenzulernen, die Familien nochmal intensiver kennenzulernen. Und einfach auch so hier unser direktes Umland, das Münsterland nochmal viel mehr schätzen zu lernen als bislang. Das sind einfach sehr schöne Erlebnisse auch gewesen. Ich glaube, das ist vielen auch so ergangen, dass man mal festgestellt hat, es ist nicht immer notwendig, weit wegzufahren und immer nur wegzufahren. Und jedes Pfingst- und lange Wochenende auszunutzen, um zu verreisen, funktioniert auch vieles zu Hause. Da haben wir sicher ein schönes Umfeld. Das ist einfach sehr glücklich, dass wir hier im Münsterland zu Hause sind. Und da konnten wir das Beste draus machen. Und insofern habe ich auch vieles Gutes mitgenommen.